Moin Moin Matrosen, herzlich willkommen zu Tag 16 im Story Mode von This War of Mine. Wir spielen Vaters Versprechen. Wenn ihr die nächsten Tage noch weiter angezeigt kriegen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal. Wenn ihr diesen Gong oder dieses Glöckchen reinschaltet, dann kriegt ihr sogar direkt einen Hinweis, wenn es hier weiter geht. Soweit erstmal. Viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt sind wir ausgeraubt worden. Ich glaube es ja nicht. Jemand hat bemerkt, dass der Unterschlupf über Nacht unbewacht war. Er hat uns Sachen gestohlen. 13 Holz, Scheiße, Zigaretten, ein bisschen Wasser und Munition. Dann gibt es heute was zu essen. Und dann muss ich eigentlich neues Essen kochen. Ich hoffe, ich habe da genug Wasser für. Wenn nicht, muss ich erst mal den Schnee holen. Ja, ich habe genug Wasser. Ich habe genug Brennholz. Ich stelle zwei Mahlzeiten her. Na gut, das hätte ziemlich viel döver ausgehen können. Sowohl Holz als auch Teile fehlen mir. Teile habe ich gar keine mehr. Scheiße. Ja, da wird es mit so viel herstellen, wird es erstmal nichts werden. Hier könnte ich Kräutergarten prinzipiell schon bauen. Was sagt die Mausefalle? Die läuft noch. Dann gehe ich jetzt hier mal noch was aufs Feuer legen. Und dann lege ich mich schlafen. Und dann lege ich mich schlafen. Und dann beendet ich den Tag. So, also gehen wir jetzt nochmal zur bombardierten Schule. Und nehmen da das Sägeblatt mit, damit wir an das Gemüse drankommen. Die Axt mit. Um uns erst, ja, hauen, stechen, beißen zu können. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen Holz zu machen. Okay, hier gibt es ziemlich viel, was ich zu Holz machen könnte. Also richtig viel sozusagen. Oh, was bist du denn für einer? Achso, nee, den hatte ich schon. Ich soll mich weiter umhören und mal fragen. Wer ist das da unten? Das ist doch mein Lieblings... Nee, was bist denn du für einer? Ich vermisse die guten alten Zeiten. Ist jemand hier? Guten Abend. Ja, natürlich bin ich hier. Ich glaube, ich werde erst die da drüben beklauen. Und wenn sie dann auf mich losgehen, bin ich hoffentlich in der Lage... Ich werde dich nicht angreifen. Aber wenn du mich angreifst... Okay. Du verfolgst mich zumindest. Was hat der noch dabei? Ein Messer. Ach, guck an. So, und im Kühlschrank war, glaube ich, noch ein Haufen Zeug. Holz und so. So. Und dann gehe ich mir hier mal... Das Gemüsesnacken. Chaos, Oma ist entsetzt. Clubby. Du Mörder. Na ja. Wäre er da schön in seiner Ecke geblieben... Und hätte mir nicht gedroht... Dann wäre ich einfach gegangen. Aber er... Äh... Ist mir nachgekommen. Und dann habe ich Schiss gekriegt. Außerdem war das doch der, der vorhin so super frech gekommen ist. Okay, das ist jetzt kein Grund für einen Mord. Aber wir sind im Krieg. Da wird Clubby zum Tier. So. Ich glaube, das ist okay. Okay. Hier hinten war noch eine Tür. Müsste ich jetzt noch eine Brechstange mitnehmen sollen. So, wenn ich noch mal herkomme... Finden wir hier vielleicht noch irgendwas mit einer Brechstange. Das schreibe ich mir auch auf. Das habe ich vorhin, habe ich das vergessen, mir aufzuschreiben. Also hierher nur noch mit Brechstange und Axt, weil hier echt richtig viel Holz zu holen ist. Aber das Holz, das holen wir bei einem der nächsten Male. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über euer Feedback. Macht's gut. Schöne Grüße vom Klappautermann. Das draufstehende vom Klappautermann. Untertitelung des ZDF, 2020